Tarren-Sound dröhnt aus dem Klassenzimmer, Kinder rocken und singen begeistert mit. Willkommen im Matheunterricht. Und so hört sich das dann an. Einmal fünf bisschen! Fünf! Zweimal fünf bisschen! Zehn! Dreimal fünf bisschen! Fünfzig! Viermal fünf bisschen! Twanzig! Fünfmal fünf bisschen! Fünfundachtig! Sechsmal fünf bisschen! Dreißig! Siegmal fünf bisschen! Dört und heilig! Achtmal fünf bisschen! Dörstig! Neunmal fünfzig! Fünfundtörtig! Zehmal fünf bisschen! Fünfzig! Dörstig! 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 Untertitelung des ZDF, 2020